ja die saß hey jo leute und fast die eilig eipzig wieder hier heute zeige ich euch mal einen kleinen trick wie ihr den dubstar 2 einmal in chrom und einmal in gold bekommen könnt und ja ihr müsst zwar halt die mission hackerangriff starten und müsst dann halt die fünf lkws zerstören dass die zeit nicht mehr abläuft begibt ihr euch mit einem dubstar also den ihr schon vorher versichert habt begibt ihr euch zu alice customs in der nähe von dem flughafen hoffentlich kennt das jeder und ja wenn ihr das dann halt so weit gemacht habt begibt ihr euch einfach zu alice customs und der sport zu 100 prozent nur ihr müsst halt öfters hinfahren weil andere fahrzeuge auch noch das bohren zum beispiel der centennial xs habe ich gesehen und dominator der dominator der bringt auch so um die 21.000 ein also ist auf jeden fall nice und ja ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei dem predator dass er mir halt bei der mission geholfen hat und diesen kleinen trick mir gezeigt hat den verlinke ich auch unten in der video beschreibung und ja ich lasse jetzt noch ein bisschen gameplay laufen man sieht sich im nächsten video lasst auf jeden fall ein like und ein abo da bis dahin leute haut da rein ciao bis dahin leute Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018